servus ihr seht schon heute mal direkt mit cam das liegt daran weil es ein bisschen privates video ist und da dachte ich mir ich bin einfach mal ein bisschen persönliche note auch mit rein ja ja zum titel schon erkannt ihr seid vermutlich auch hier weil ihr einfach nur mit euren freunden in der virtuellen lan spielen wollt und so ging es mir auch jetzt gerade wo wir alle zu hause sind kann die leute natürlich auch ein bisschen bock wieder ein bisschen zu zocken oder dachten wir machen es wie früher einfach ein bisschen laden nur eben übers internet wir haben es vor ewigkeiten vor 15 jahren schon mal gemacht und da haben wir hamachi genutzt und das immer dann auch wieder versucht leider war es nicht so erfolgreich also hamachi hat sich in den jahren ein bisschen geändert mittlerweile muss man sich registrieren und die stabilität ist scheinbar auch nicht mehr so gut wie früher und darum haben wir nach einer alternative gesucht sind dann auch viele top 10 hamachi alternativen listen gestoßen und das war so frustrierend weil viele der programme die da genannt werden obwohl 2019 alternativen 2020 alternativen genannt wurde er waren super alte sachen drin die listen sind wirklich scheiße und wir haben eine sache gefunden ein programm das geil war und das zeige ich euch heute das heißt redmondvpn redmondvpn heißt findet ihr auf redmondvpn.com und ich habe es schon mal runter geladen das ganze sieht so aus ihr habt zwei optionen entweder ihr netzwerk erstellen oder ihr trittet ein netzwerk bei das heißt einer eurer crew erstellt ein netzwerk kann es gerade mal zeigen super simpel gibt namen ein gibt ein passwort ein klickt auf erstellen dauert einen kleinen moment jetzt mache ich sogar recht schnell und ihr habt ein netzwerk dann gibt es euren kumpels einfach den namen von dem netzwerk und das passwort und die können beitreten das war's und funktioniert einfach super coole sache ja und damit könnt ihr dann wie im normalen laden auch entweder daten nun her tauschen oder eben minecraft server privaten aufmachen teamspeak server oder eben auch ganz klassisch irgendwelche uralten spiele zocken die ja doch noch am meisten spaß machen ich hoffe es hilft euch ihr müsst nicht rum ärgern mit irgendwelchen top ten listen die richtig abgefuckt sind und auch nicht mit hamachi was leider nicht mehr so gut ist wie früher vielleicht ändert sich das ja ansonsten bis dahin rap mir in vpn kann ich nur empfehlen link unten in der beschreibung danke fürs zuschauen und viel spaß man zocken